Man wird jetzt in den folgenden Minuten immer öfter irgendwas von der Bub hören. Das ist er hier, der Bub. Ich bin der Bub. Könnt ihr bitte aufhören, mich der Bub zu nennen? Das ist der Bub, das muss der Bub entscheiden. Aber Sie müssen mich nicht der Bub nennen. Bub is back in town. Der Bub dann da in dem Saal, wo du mich sitzt. Wo könnte der Bub denn sitzen? Hör auf, mich der Bub zu nennen. Das war's für den Bub. Der Bub sitzt hier. Ich denke, dass der Bub da einiges bewegt hat. Kann der Bub da mal reinschreiben? Der Bub hat im goldenen Buch der Stadt mal noch gar nichts verloren. Bub Krötenleona. Du bist ein Bub von hier. Der Bub is back in town. Der Ninja von Kierberg ist wieder zurück.